Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwartet. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen. Wenn ihr meintet, es müsse nun ein Lande kommen und er kann nicht und immer wieder, muss der Neuter abwehrgerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht. Ihr dürft nicht wandeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch bügen. Ihr müsst euch diesem Fuhlhurt lang folgen. Hei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020